Hallo alle zusammen! Ich bin hier in einem Mini-Wald, ein ganz kleiner Wald auf dem Tempelhofer Feld. Ich finde das total super. Ich finde das total super hier. Und es gibt auch ganz viele Hügel. Es geht auf und es geht ab, weil hier ganz viele Hügel sind. Und ja, das wollte ich euch nur mal kurz zeigen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!